... auf die Tür zu lenken. Geht und helft eurer Mutter. Hi Linda, ich bin gekommen, um Bob aufzuhübschen. Ich hab meine Scheren und Pinzetten dabei. Oh, oh, hi Gretchen! Gretchen ist da, Bob, sie macht dich kameratauglich. Kinder geht und bedient die Gäste. Alles kommt in Ordnung. Alles kommt wieder in Ordnung. Schlimme Dinge gehen mir im Bad vor. Ein Glück, der Raum ist dicht, denn ich bin ein Stinktier. Niemand darf mich mit auf ner Hose sehen. Denn das Großtags-Magazin lässt mich an erster Stelle stehen. Riss schnell bin ich wieder raus hier. Hebe viele Interviews, die Leute stehen spalieren. Denn heute wird ein echt toller Tag. Ich mach das Großtags-Magazin, damit mich jeder mag. So weit klar. Ich hab absolut nichts falsch gemacht. Hab keine Schuld, wer hätt's gedacht. Ich sag's treu heraus. Ted, Team gekackt wie jeden Tag. Wär all das nicht passiert. Und wenn schnell wär er wieder raus hier. Niemand gäbe mir die Schuld und alles wäre gut. Dann wär heut ein echt toller Tag. Wenn Teddy bleibt nicht frei, bekommst, machen wir's aus meiner Art. Hey, wo ist Bob? Ich will ihm sagen, dass ich ihn von gegenüber aus riechen kann. Ja, Linda, wo ist Bob? Ich mache ihm doch die Haare für sein Interview. Interview? Was für ein Interview? Bob gibt ein großes Magazin-Interview. Wieso schreiben die einen Artikel über Typen mit Schnäuzern, die man hauen will? Zoom! Ich sag jetzt Zoom, gefetzt dir? Ist ganz okay. Schlimme Dinge gehen mir im Bad vor. Ich hab ein Glück, der Raum ist dicht, denn ich bin ein Stehentier. Niemand darf mich mit ausner Hose sehen. Denn das Kurs, das Magazin lässt mich an erster Stelle stehen. Und jetzt schnell bin ich wieder raus hier. Gebe viele Interviews, die Leute stehen, verlier. Dann wär heut ein echt toller Tag. Ich mach das Kurs, das Magazin, damit's nicht jeder macht.